Hallo und willkommen im Sparradies, deinem Podcast rund um die Themen Minimalismus und Frugalismus. Ja, und heute bei mir zu Gast eine junge Frau, und zwar ist das Hannah May. Und Hannah May betreibt auf YouTube den wunderbaren Kanal MayBee. Und bei Hannah, ja, da geht es teilweise auch um Minimalismus. Also ich empfinde das so, dass Hannah sich jetzt gerade so ein bisschen auf dieser Reise befindet und sich dorthin bewegt in diese Richtung. Und was sie außerdem thematisiert, ist ihr Kaufverhalten. Also Hannah selbst sagt ja, dass sie vielleicht annähernd kaufsüchtig ist. Und darüber möchte ich heute mit ihr sprechen und natürlich auch über ihren wunderbaren Kanal. Und am besten gebe ich jetzt auch gleich rüber an Hannah und bedanke mich erst mal für deine Zeit, Hannah. Hannah May, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da bist. Grüß dich. Hallo Rena, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, schön hier zu sein. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe ja deinen Kanal entdeckt durch deine Videos. Also erstens mal finde ich die wirklich ganz toll und ansprechend. Und auch du als Person, also wie du uns da so mitnimmst auf deinem Weg. Ich sage mal vom, ich hatte ja erst kürzlich das Video bei mir auf meinem Kanal. Also ich früher war ja auch so, ich sage es jetzt mal, eine Shopping Queen und bin heute sparsame Minimalistin. Und bei dir, finde ich, zeichnet sich das auch so ein bisschen ab. Stell dich doch jetzt vielleicht erst mal vor, wer du bist, was du machst, was du so mit deinem YouTube-Kanal so verfolgst. Welche Ziele? Ja, alles klar. Also erst mal vielen lieben Dank dir. Genau, mein Name ist Hannah May. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Studentin und habe jetzt seit fast einem Jahr einen YouTube-Kanal, auf dem ich eben, wie du schon gesagt hast, über Themen wie Minimalismus so ein bisschen spreche, aber auch nachhaltige Kleidung und ja, jetzt seit zwei Monaten auch über das Thema Kaufsucht. Und du hast es auch schon richtig gesagt. Also ich würde mich selber als kaufsüchtig bezeichnen. Es ist aber jetzt keine offizielle Diagnose, die ich bekommen habe, sondern ich habe mich da jetzt selber in das Thema eingelesen und ja, mal geguckt, was es denn für Kriterien gibt. Und da würde ich dann schon sagen, dass ich auch, ja, kaufsüchtig bin. Und da nehme ich eben die Leute einfach so ein bisschen mit. Und ja, wer Lust hat, mich auf meiner Reise zu begleiten, der darf sich gerne meinen YouTube-Kanal anschauen, die Videos anschauen und ja. Dir darf folgen. Genau. Ja, und wie gesagt, ich bin ja auch durch den Algorithmus, der ja Videos vorschlägt, auf dich gekommen und da bin ich auch wirklich sehr froh. Jetzt lass uns mal ganz kurz über Minimalismus sprechen. Also du hast ja da ein Video bei dir, das fand ich sehr interessant. Und zwar hast du ja ausgemistet oder aussortiert und hast irgendwie gedacht, ja, wenn man das jetzt macht, dann passt es so. Und ja, so ist es dann vielleicht doch nicht. Kannst du da mal ein bisschen was darüber erzählen, über dieses Video? Ja, kann ich gerne machen. Also ich, oh sorry, es ist ein bisschen laut gerade im Hintergrund. Ich würde gar nichts. Kann ich gerne machen. Also ich habe das Video gemacht. Ich bin ungefähr seit einem Jahr schon am Aussortieren. Seit zwei Jahren, ich weiß gerade gar nicht so genau. Und dachte halt immer, okay, wenn man aussortiert und weniger besitzt, dann kommt es halt automatisch, dieses Mindset halt einfach, dass man minimalistischer wird. Und ich habe aber bei mir gemerkt, dass es gar nicht so ist, sondern dass ich halt aussortiere und aussortiere, aber irgendwie trotzdem nicht dieses Mindset halt bekomme. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich zwar viel aussortiere, aber meinen Alltag nicht aktiv gestalte und nicht halt darauf achte, was ich im Alltag mache, dass ich eben Dinge mache, die mich glücklich machen. Und ich dachte halt immer, das, was glücklich macht, ist halt, dass man weniger besitzt. Aber das, was eigentlich glücklich macht, ist halt die Zeit, die man dadurch bekommt und die man dann eben mit Dingen füllt, die einen glücklich machen. Genau. Und jetzt sagst du ja, dass du schon, ich sage mal jetzt, schon aussortierst und auch immer wieder und beginnst praktisch wieder von Neuem. Ist es so, dass du auch aussortierst, um vielleicht, ja, ich sage mal, dein Kaufverhalten oder die Dinge, die du wieder in dein Leben bringst, dass du die auch los wirst? Also hast du irgendwie das Gefühl, dass dieses Besitzreduzieren schon gegen dieses impulsive Kaufen hilft? Definitiv. Also ich merke das schon, dass ich jetzt dann öfters auch manchmal in Geschäften stehe und Sachen sehe, die ich eigentlich gerne kaufen würde und dann aber drüber nachdenke, okay, wenn ich das jetzt kaufe, dann brauchst du wieder Platz zu Hause. Dann, wenn es dir dann irgendwann doch nicht mehr gefällt, dann musst du dich wieder darum kümmern, dass es halt aussortiert wird. Und das ist ja auch nicht immer so einfach, wie es dann in den meisten Videos aussieht. Also ganz oft hat man die Sachen dann noch ganz, ganz lange zu Hause rumstehen und muss sich dann irgendwie doch noch darum kümmern, muss sie verkaufen oder eben verschenken. Und da fällt mir das doch auch jetzt öfters auf, dass ich dann dadurch einfach dann auch sage, nee, okay, das kaufe ich jetzt doch nicht. Also weil mir das dann einfach zu viel Ballast wäre, den ich wieder mit nach Hause nehme quasi. Also ich weiß das noch von mir früher, dass dieses Problem, sage ich mal, also so diese Kaufsucht oder dieses zu viel kaufen, dass einem das ja selbst so erst mal gar nicht auffällt, weil ja, es ist ja auch eine Sache, die gesellschaftlich jetzt gar nicht so, ich sage jetzt mal, vielleicht akzeptiert ist oder wo viele sagen, nee, das ist ja gar kein Problem, weil also ich persönlich finde, wenn man sich jetzt mal so am Wochenende in den Städten umschaut, viele Leute, die da ihre Freizeit ja offensichtlich am Wochenende damit verbringen, Dinge zu kaufen, mag sein, dass sie die brauchen, aber es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du es kennst, also es ist ja wohl so, dass wir 80 Prozent der Dinge, die wir besitzen, gar nicht benutzen und also das ist ja eine Zahl, die ist ja sehr, sehr erschreckend. Wann hast du denn bemerkt, dass du irgendwie ein Problem mitkaufen hast? Weil also bei mir war es am Anfang so, ich habe das einfach gemacht und mit den Freundinnen und da war das sowieso so normal, dass man dann am Wochenende sich verabredet hat und dann ging das immer so weiter und bei mir hat dann wirklich, also ich sage mal, bei mir hat es dann geklingelt, als das Telefon geklingelt hat und meine Bank angerufen hat und gesagt hat, hier, also geldmäßig, jetzt haben wir da ein paar Schulden, die werden auch immer mehr. Also das war so bei mir der Punkt. Wann war denn bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, da stimmt was nicht? Bei mir hat nicht die Bank angerufen, aber ich habe immer sehr viel über Klana bezahlt und da habe ich dann irgendwann auch gesehen, dass sich schon recht viel angehäuft hat und dass ich doch dann jetzt auch ein paar Schulden habe und einfach gemerkt habe, ich komme nicht mehr hinterher, das zu bezahlen. Und das war dann der Punkt, an dem ich gemerkt habe, okay, das kann kein normales Kaufverhalten mehr sein, wenn ich sehe, dass ich Schulden habe und trotzdem weiter kaufe. Also normalerweise würde man dann sagen, oh, upsie, ich habe kein Geld mehr, ich kann jetzt nichts mehr kaufen und bei mir ging das dann aber einfach weiter. So ich dachte dann, okay, ja, ich habe ja eh schon Schulden, ich will mir das dann jetzt trotzdem noch kaufen und das habe ich dann gemacht. Ja, man denkt dann auch vielleicht so, also so war es bei mir früher so, ach ja, nächsten Monat kommt ja das Geld rein, da kaufe ich dann weniger und dann gleicht sich das aus, aber leider sieht man dann wieder irgendwas Neues oder möchte, bildet sich ein, man braucht jetzt das und das und dann wird ja diese Zahl immer größer. Genau. Gibt es denn bei dir irgendwie Auslöser, dass du sagst, wenn jetzt das oder das passiert oder kannst du denn schon definieren, was dich zum Kaufen veranlasst? Also ich meine, das ist ja sehr schwierig bei der Kaufsucht beziehungsweise beim impulsiven Kaufen, weil man ja natürlich auch Essen kaufen muss. Also man muss ja Dinge einkaufen oder so zur Körperpflege und so weiter. Also es ist ja ein ganz, ganz, ja, ich sage mal ganz enger Kreis. Wie ist es bei dir? Also gibt es da Auslöser, wo du sagst, du gehst da jetzt dann wirklich direkt shoppen, weil es dir dann besser geht? Ja, also es sind verschiedene Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass es ein ganz bestimmter Auslöser ist. Manchmal halt einfach, wenn ich zu Hause bin, ich gestresst bin von der Uni, dann habe ich irgendwie gerade keine Lust zu lernen und fühle mich einfach gerade gefangen in dieser Situation, dass ich irgendwie da nicht rauskomme und ich wohne halt nur zwei Minuten von der Fußgängerzone entfernt. Und dann ist es natürlich sehr einfach und dann geht man halt einfach raus und in die Stadt und ja, findet dann irgendwas Schönes und ist dann halt aus dieser gefangenen Situation kurz einmal ausgebrochen. Also ich befasse mich dann nicht mehr mit den Problemen, die ich aktuell habe mit dem Studium, wo ich vielleicht ab und zu immer auch nicht so glücklich bin, sondern bin dann halt ja kurz ausgebrochen und das ist dann immer so ein total befreiendes Gefühl. Das einmal und ganz oft ist es auch so, dass wenn ich irgendwie auf Instagram irgendwas sehe oder auf Pinterest oder vielleicht auch sogar, wenn mir Leute entgegenkommen und ich sehe irgendwie, ah, die hat eine richtig coole Jacke an, dann ist das bei mir so direkt, oh, die will ich auch haben. und quasi dann entsteht schon der Wunsch, ah, ich könnte ja jetzt auch schnell in die Stadt gehen und mal gucken und ja, also das sind so, glaube ich, die zwei größten Sachen und ich merke sogar, dass bei mir auch, wenn ich einfach nur in die Drogerie gehe und Zahnpasta kaufen muss oder so, dass das für mich schon, ja, so ein Glücksmoment ist. Okay. Also praktisch so dieses Unterbrechen des Zuhause scheint ja so ein bisschen dieser Ort zu sein, so, das ist fast schon wie deine zweite Uni, wo du eben lernst, kann das sein? Also wo du viel zu tun hast oder ist das eher weniger so? Weil also ich sehe jetzt den Hintergrund, den kennt man auch von YouTube, das ist schon ein bisschen, würde ich sagen, schon eine Wohlfühloase, also das hast du dir wirklich toll eingerichtet. Aber verbindest du vielleicht mit deinem Zuhause diesen zweiten Ort, an dem du lernst und Arbeit hast und wenn du natürlich dann rausgehst, dann hast du direkt vor deinen Füßen sozusagen Disney World, also die Stadt. Ja, genau. Ja, so könnte man es sagen. Also ich glaube, das hat halt auch einfach viel mit Corona zu tun gehabt. Wir waren alle zu Hause. Ich konnte nicht in die Uni. Ich habe zu Hause lernen müssen und deswegen ist auch ein Stück weit zu Hause für mich Uni gewesen einfach. Ich konnte nicht mehr in die Bib gehen, also in die Unibibliothek, was ich sowieso nicht so oft gemacht habe, aber die Möglichkeit war dann halt auch weg. Und ja, das war dann so ein bisschen einfach rauskommen. Klar, verstehe ich voll, verstehe ich voll. Und weil du jetzt gesagt hast, du bist also praktisch, wenn du aus der Tür gehst, in der Fußgängerzone. Wo ist denn dieser herrliche Ort von deinem letzten Video? Du bist da irgendwo, da warst du in der Natur und hast auch gesagt, wie gut dir das tut. Ist das dann viel weiter weg? Also musst du da, sagen wir mal, mit dem Fahrrad hin oder? Das war tatsächlich bei meinen Eltern zu Hause. Also ich war jetzt im Februar nochmal bei meinen Eltern zu Besuch, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das total gut tut. Die wohnen nämlich sehr ländlich und da bin ich dann in zwei Minuten im Wald, wenn ich da rausgehe und nicht in der Fußgängerzone. Und dann war ich nochmal so ein paar Tage zu Hause und meine Eltern haben auch einen Hund. Dann sind wir viel rausgegangen in die Natur und das hat mir einfach unglaublich gut getan. Kannst du denn irgendwie das beziffern? Also wie oft du einkaufen gehst? Also wo es jetzt wirklich, sagen wir mal so, zum, ich sage jetzt mal, zum Ablenken, zum Abreagieren oder gegen Langeweile ist oder und auch, wie viel Geld du da im Schnitt ausgibst? Oder ist das immer, also verschieden von Mal zu Mal? Also versuchst du da schon auch ein bisschen zu gucken, dass das nicht jetzt immer mehr wird? Also hast du das so unter Kontrolle? Also ich bin noch nicht so lange dabei, wirklich mir einen Überblick zu schaffen. Ich habe damit jetzt im Januar aktiv angefangen. Vorher habe ich das immer nicht so richtig hingekriegt. Aber ich habe eine gute Freundin, die sich auch ganz gut mit Finanzen auskennt und die mir da so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat und geholfen hat. Und ja, also ich, es ist total unterschiedlich. Es gibt manche Tage, da renne ich wirklich dreimal, viermal in die Stadt. Dann laufe ich da so ein bisschen rum und merke dann aber so, nee, eigentlich kann ich jetzt nichts kaufen, ich habe nicht das Geld dafür, gehe dann wieder nach Hause, versuche mich an den Schreibtisch zu setzen, versuche irgendwas zu lernen, kann mich nicht konzentrieren, werde so ganz unruhig und stehe dann wieder auf und gehe dann wieder raus. Also es sind so die krassesten Tage. Und dann gibt es aber auch Tage, an denen ich es schaffe, gar nichts zu kaufen. Da hatte ich jetzt auch im Februar ein paar. Genau, aber dass ich halt so darauf achte, dass ich nur eine bestimmte Menge an Geld, also dass ich nur eine bestimmte Summe ausgebe, das ist jetzt nicht der Fall, würde ich sagen. Ja. Und kannst du dich jetzt noch erinnern, also das fand ich jetzt interessant, dass du gesagt hast, es ist ja jetzt nicht jeden Tag und dass du jetzt auch ein paar Tage tatsächlich hattest im Februar, wo du gar nichts ausgegeben hast. Was war denn an diesen Tagen anders oder wie hast, kannst du dich da noch zurückfühlen, welches Gefühl du da hattest? Also dass du das, hast du es da gar nicht gebraucht oder hast du es dir so ein bisschen, ich sage mal, ja, ich sage mal, hast du dich so gezwungen, dass du das nicht musst? Ich hatte die Möglichkeit nicht dazu, ich sage mal so, also es war dann halt auch oft bei meinen Eltern, dass ich da dann halt einfach so abgelenkt war oder halt mit, also da war dann die Schwelle zu groß, da hätte ich dann mit dem Auto losfahren müssen, um irgendwo hinzukommen, wo ich mir mal was kaufen kann und das hat dann dafür gesorgt, dass ich es eben nicht gemacht habe oder wenn ich dann ziemlich viel mit der Uni beschäftigt bin, dass ich dann irgendwie ein Praktikum mache oder so und dann den ganzen Tag damit beschäftigt bin. Das hilft natürlich dann auch, weil ich dann halt einfach die Zeit nicht mehr dafür habe. Das sind so, oder wenn man halt mal was mit Freunden macht oder so sich trifft, also ja, wenn ich meine Zeit anderweitig nutze quasi. Ja, verstehe. Also ich muss sagen, bei mir früher war das schon auch so, dass ich, ja, jetzt gar nicht nur Klamotten oder so, aber ich habe damals auch so ein bisschen, ich sage mal, ja, jetzt gar nicht städtisch gewohnt, aber da waren dann ringsherum irgendwelche Drogeriemärkte und irgendwelche Läden und ich habe auch oft festgestellt, dass ich dann einfach so, ich sage mal, wenn mir der Weg in die Stadt zu weit war und ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht so viel Geld ausgeben, schon einfach mal kurz vor zur Drogerie gelaufen bin und da durchgelaufen und durch die Gänge und dann, man sieht ja immer irgendwas Kleines, das man dann so mitnimmt. Was ich damals nicht so hatte, weil es es noch nicht so gab, war online. Wie ist das bei dir? Also ist das, würdest du sagen, also ist das so gleich, ob jetzt online oder physisch wirklich im Laden einkaufen oder würdest du sagen, also ist eine dieser Komponenten bei dir mehr vertreten? Also, ich habe jetzt im Februar gerade quasi den Zugriff auf meine Online-Konten, das, was ich hatte, also Klana, habe ich komplett gelöscht. Das habe ich jetzt nicht mehr, da bin ich auch sehr happy drüber und über Paypal oder Paypal, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man es aussprechen möchte. Genau, da habe ich jetzt keinen Zugriff mehr drauf, das hat eben dann meine Freundin übernommen, die hat jetzt mein Passwort und wenn ich mir jetzt online was kaufen wollen würde, darüber, müsste ich ihr halt Bescheid sagen und sie würde das dann entweder genehmigen oder eben nicht. Deswegen ist aktuell oder im Februar ist es eben so gewesen, dass ich da nicht so viel online gekauft habe beziehungsweise glaube ich sogar gar nichts und da habe ich dann gemerkt, dass ich unfassbar viel in Drogerie-Märkte auch gerannt bin und mir da ganz viele Kleinigkeiten gekauft habe und deswegen würde ich sagen, also glaube, dass es so zur Corona-Zeit natürlich online so das Ding war und dass ich da sehr viel gekauft habe und jetzt, da ich da nicht mehr so die Möglichkeit zu habe, tendiere ich dann eher zu in die Stadt zu gehen, aber vorher würde ich sagen, war online doch noch ein bisschen häufiger, ja. Also was mir bei mir so früher aufgefallen ist und was ich dann auch gemacht habe, das fand ich dann auch so ein bisschen so ein Augenöffner ist, ich habe dann tatsächlich irgendwann angefangen, mir jeden Einkauf aufzuschreiben, wann das war und also so eine Art Einkaufstracker, wann das war, wo, was es dann war, was das gekostet hat und also es war ja wirklich dann eine Liste, ich meine, das war ein komplettes DIN A4-Blatt voll und ich empfehle das auch, dass wenn man das so macht, dass man das jetzt nicht ins Handy oder in den Rechner oder so eingibt, weil da, da sieht man das nicht so, aber wenn man das wirklich selbst aufschreibt und dann diesen ellenlangen Zettel in der Hand hat und wirklich jedes einzelne Produkt auch aufschreibt, also jetzt nicht sagen, hier, ich habe einen Einkaufswagen voll, war ich beim, ne, irgendwelche Kosmetikprodukte, sondern wirklich jedes aufschreibt, das fand ich mal ganz gut. Du sprichst jetzt von deiner Freundin, die deine Passwörter da hat, habt ihr da irgendwelche Regeln aufgestellt, also was, was sie dir erlauben darf oder, und, weil du sagst, deine Freundin, die hat dieses, und deine Freundin, die macht das so nach Gefühl oder also? Also das Ding ist halt, im Februar war es noch nicht, also es kam noch gar nicht dazu quasi, dass ich, also einmal, da bin ich dann halt essen gegangen mit Freundinnen und dann meinte sie auch so, ja, war das jetzt wirklich nötig? Und dann habe ich gesagt, so ja. Und dann hat sie es mir quasi erlaubt und dann habe ich mich aber gar nicht mehr getraut, irgendwas darüber zu kaufen beziehungsweise sie gar nicht mehr zu fragen, weil ich dachte, sie sagt wahrscheinlich sowieso nein. und ja, also sie ist sehr, sehr streng mit mir, würde ich sagen, aber ich glaube, das ist auch genau das Richtige, was ich gerade brauche und ja, aber ich denke mal, für die Zukunft wäre das schon gar nicht mal so schlecht, sich da Regeln zu überlegen, dass man vielleicht irgendwie für einen bestimmten Bereich ein bestimmtes Budget oder so ausgeben da. Ja, absolut. Oder dass du dir vielleicht, ich sage jetzt mal, gar kein Geld mitnimmst. Klar, dann kann es sein, dass du wieder nach Hause gehst, aber oder ich sage mal, so Dinge wie einfach, so eine Karte in den Geldbeutel, wo draufsteht irgendwie rot Stopp, dass du so einen kleinen, so einen Triggerimpuls bekommst, so oh nee, das passt nicht, ne? Genau. Deine Freundin, ist die, also die hat ja gar kein Problem mit Einkaufen, ist die eher sehr sparsam oder wie kam, wie kamst du gerade auf diese Person, dass du ihr so die Macht über deinen Geldbeutel gibst? Ja, sie ist super sparsam, also sie kennt sich gut aus mit Finanzen, hat gelegt auch selber Geld an und ist, also ich glaube, sie ist so komplett das Gegenteil von mir, was das angeht. Also die ist da wirklich gut drin und macht sich auch gar nicht so viel aus so materiellen Dingen, würde ich sagen. Ja. Und wie findest du das? Also ist es das, wo du mal hinkommen möchtest? Ich finde es sehr bemerkenswert, dass sie so diszipliniert ist und dass sie da halt gar nicht so das Verlangen hat. Ich glaube nicht, dass ich an dem Punkt kommen werde, an dem sie ist, weil ich halt einfach von meinem Typ her noch so ein bisschen anders bin und weil es mir halt auch Spaß macht, zum Beispiel Klamotten zu kaufen und halt mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Also das ist halt einfach was, was mir auch Freude bereitet. Und sie interessiert das zum Beispiel überhaupt gar nicht mit den Klamotten. Also deswegen, ich glaube nicht, dass ich an ihren Punkt komme, aber ich will auf jeden Fall in die Richtung. Definitiv, ja. Okay, interessant. Und jetzt, wie gesagt, man konnte ja jetzt auf YouTube, dein letztes Video, habe ich ja auch mit Begeisterung mir angeguckt, wo du ja anscheinend bei deinen Eltern warst. Und gleich die Frage, du merkst ja selbst, dass wenn du bei deinen Eltern bist, natürlich, das geht jetzt nicht, du studierst, aber es scheint ja dort so eine Aura, so ein Vibe zu sein, der dir gut tut. Gibt es denn sonst irgendwelche, ich sage mal, Aktivitäten, die du so vorher, weil du warst ja nicht immer kaufsüchtig, also du sagst ja selbst, so habe ich es jetzt rausgehört, dass das vielleicht sogar wegen, ja, wegen unserer Corona-Auszeit, dass es deshalb so war, dass das vielleicht sich deshalb verschlimmert hat. Davor war das nicht so ein Thema, oder? Ich glaube, das hat bei mir doch schon ganz früh angefangen. Also ich war schon immer, also ja, wo fange ich da an? Also ich habe schon immer ganz gerne eingekauft, weil das halt so ein Ding ist, was ich immer mit meinen Omas gemacht habe. Und das war für mich voll das Highlight, wenn es dann am Wochenende zum Shoppen ging. Und das hat mir immer sehr viel Freude bereitet. und in der Schule hat man dann natürlich immer sehr viele Komplimente bekommen für die neuen Outfits, die man dann getragen hat. Und deswegen war, also lag mein Fokus doch schon immer auch so auf dem Kaufen und auf materiellen Dingen. Und nach dem Abi hat das tatsächlich schon bei mir angefangen. Da habe ich dann das erste Mal gearbeitet und ein bisschen mehr Geld verdient und habe dann auch mehr ausgegeben. Und ja, also da hat es schon angefangen. Da hätte ich aber jetzt nicht unbedingt gesagt, dass ich kaufsüchtig bin. Und das kam dann wirklich erst im Studium mit dem ganzen Stress und ja, genau. Aber die Tendenz war schon immer ein bisschen vorhanden. Und mit den Omas, also haben die das dann bezahlt oder du? Ja, das haben die Omas damals nach Brust. Okay, verstehe. Ja, ja, gut. Dann hat man das so Interest gehabt, genau. Das ist witzig. Aber dadurch lag halt der Fokus dann einfach so drauf auf dem Kaufen. Ja, ja, genau, genau. Ja, Hanna, jetzt würde mich noch interessieren, ich sage immer Hanna, Hanna May. Sorry, Hanna May. Kein Problem. Wie geht es denn jetzt mit deinem YouTube-Kanal Maybe weiter? Das ist ja fast schon eine selbsterfüllende Prophezeiung. Maybe. Nee, maybe nicht. Ich glaube, maybe surely. Ja, also ich will auf jeden Fall weiter Videos zum Thema Kaufsucht machen. Ich will selber herausfinden, wie es für mich weitergeht. Also ich habe da noch gar keinen Plan, sondern schaue einfach mal, was so auf mich zukommt. Ich will halt einfach weg von dieser Kaufsucht. Ich will hin zu mehr Minimalismus, mehr sich auf den Alltag zu konzentrieren, auf die Dinge, die einen glücklich machen. Und ja, so genau einen Plan habe ich noch gar nicht. Ich mache das einfach mal und schaue mal, was dabei rumkommt. Aber das Thema Kaufsucht wird definitiv weiterhin auf meinem Kanal Thema sein. Und ich glaube, da wird es noch ganz, ganz, ganz viel zu geben, denn ich bin gerade noch so ein bisschen am Anfang der Reise und bin selber noch gespannt, wo es mich so hinführt. Auf jeden Fall. Also da wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg und hoffe auch, dass ich hier von den Zuhörerinnen und Zuhörern einige noch auf deinen Kanal gehen. Also wie gesagt, bei Maybee dreht sich nicht alles nur um Kaufsucht. Sie hat auch wirklich ganz tolle Tipps um das ganze Thema Minimalismus. Man kann sie da ein bisschen begleiten auf ihrem Weg. Sie hat auch Videos darüber, wie sie mal ausmistet. Und ja, zum Schluss des Podcasts, da habe ich immer noch mal eine Frage an alle meine Gäste und bin immer sehr gespannt auf die Antwort. Und diese Frage lautet, was ist der wahre Schatz des Lebens? Oh, wow. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Was ist der wahre Schatz des Lebens? Das Leben an sich, würde ich sagen. Also mir wird auch häufiger die Frage gestellt, was ist der Sinn des Lebens? Und es ist das Leben, einfach das Leben zu genießen, die Zeit, die man hat, zu genießen. Zu genießen, dass man gesund ist, dass man Freunde hat, dass man Familie hat und einfach dankbar für das zu sein, was man aktuell hat. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge und man braucht keine materiellen, also man braucht diesen ganzen Konsum eigentlich nicht, um glücklich zu sein, sondern meistens hat man das schon, was einen glücklich macht um sich herum. Man muss halt nur genau hinschauen. Ja. Wow. Hannah May. Also ich bin total entzückt. Also die Antwort habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Das Leben selbst, also es haut mich jetzt gerade richtig um, dieser Gedanke. Ich finde es wirklich ganz wunderbar, das so auszudrücken. Also vielen, vielen lieben Dank. Ja, gerne. Für diesen Input. Und ja, wie gesagt, ihr könnt gerne dieser wunderbaren jungen Frau folgen auf YouTube, auf ihrem Kanal Maybe und schaut da mal vorbei. Ich werde es auf jeden Fall hier unten in den Shownotes verlinken. Natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge mit Hannah May bewertet. Am liebsten mit fünf Sternen, wenn es euch gut gefallen hat. Auch einen kleinen Kommentar schreiben, das hilft auch immer wieder, um uns ein bisschen nach vorne zu pushen. Und ansonsten hoffe ich, ja, dass du heute noch einen schönen Tag hast und wünsche uns allen und auch dir eine wunderbare Zeit und hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Willkommen im Sparer Dies. Ciao, ciao. Tschüss.